Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Dunkle Materie und dunkle Energie sind die beiden dominierenden Energieformen im Universum. Wenn wir es auf das lokale Universum beziehen, auf heute, machen sie 95% der Energiedichte aus. Wir wissen allerdings in der Physik und Astronomie eben nicht, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Man kann die dunkle Energie beschreiben mit der kosmologischen Konstante. Die dunkle Materie scheint irgendwie vielleicht ein Teilchen zu sein. Und ich würde sehr gerne genauer auf diese beiden eingehen. Es gab nämlich im Kommentarbereich eine sehr, sehr gute Frage dazu. Viel Spaß. Arno hat gefragt, in unserem Sonnensystem scheint ja weder die dunkle Energie noch dunkle Materie vorhanden zu sein oder scheint es zu geben. Sonst wären die Kepler-Gesetze ja ungültig. Wieso nicht? Sehr gute Frage. Natürlich muss es beide Energie- und Materieformen auch im Sonnensystem geben. Bei der dunklen Materie, vielleicht fangen wir damit an, ist auch gerade die Idee, dass man wirklich Experimente hat, wo man versucht, direkt diese Materieformen zu finden. Also die Idee ist, dass diese dunklen Materie-Teilchen wild durch die Gegend fliegen, auch hier durch den Raum fliegen, wenn es sie denn wirklich gibt. Und dann, man versuchen könnte, sie direkt zu suchen. Wir wissen ja, dass es bestimmte Eigenschaften der dunklen Materie geben muss. Es müssen elektrisch-neutrale Teilchen sein. Wir hatten ja schon viele verschiedene Formen vorgestellt, was das sein könnte. Das WIMP-Teilchen, also das Weekly Interacting Massive Particle, ein schwach wechselwirkendes, sehr massereiches Teilchen. Vielleicht hundertfach die Masse vom Proton, also 100 Giga Elektronenvolt, vielleicht auch das tausendfache. Es gibt aber auch sehr leichte Formen von dunkler Materie, die mit der starken Wechselwirkung zusammenhängen. Die Axionen, wie sie genannt werden, die sehr, sehr, sehr leicht sein können. Also da reden wir von so etwas wie 10 hoch minus 30 Elektronenvolt nur Masse. Da müssen die natürlich auch besonders zahlreich sein, damit sie für die dunkle Materie verantwortlich sind. Und es gibt noch viele andere Kandidaten, nach denen man da sucht. Axionen, da gibt es eine Theorie, dass zum Beispiel die sich auch in der Sonne vielleicht ansammeln könnten und dass es da eine Möglichkeit gibt, hier das dann zu messen. Die Teilchen, die direkt zur Erde fliegen und durch einen Detektor zum Beispiel fliegen und dort eine Reaktion hervorrufen, nach denen sucht man in Experimenten wie Crest oder das Xenon-One-Tonnen-Experiment. Das sind also verschiedene Materialien, die da zum Einsatz kommen. Es gibt Kristalle, es gibt Sintillatorflüssigkeiten und die Idee ist halt, dass diese, wenn sie dann wirklich sehr massereich sind, diese Teilchen auch durch einen Stoß zum Beispiel Energie deponieren in dem Volumen und dort in Erscheinung treten. Also nicht elektromagnetisch, weil sie ja elektrisch neutral sind wahrscheinlich, sondern eben durch einen Stoß zum Beispiel all ihre Bewegungsenergie deponieren können. Das sollte dann zu einer Erwärmung führen. Und bei Crest ist es eben zum Beispiel so, dass man hier ein besonderes Material benutzt, was sehr empfindlich auf minimale Temperaturerhöhungen reagiert und man auf diese Art und Weise das dunkle Materieteilchen nachweisen kann. Der aktuelle Stand ist ja eben, man hat noch nichts gesehen. Es gibt natürlich Beschränkungen. Man kann bestimmte Massenbereiche dann vielleicht ausschließen. Das sind immer auch statistische Aussagen. Unterm Strich hat man aber eben jetzt nach vielen Jahrzehnten der Suche nichts gefunden. Bei der dunklen Energie ist es so, dass es ja eine Energieform, die die beschleunigte Expansion des Universums hervorruft. Am besten beschrieben nach den aktuellen Modellen durch die kosmologische Konstante Lambda, die Albert Einstein selbst eingeführt hat. Es gibt auch hier verschiedene Formen von dunkler Energie. Die Quintessenz zum Beispiel oder auch kosmische Strings. Die Phantomenergie, die haben also unterschiedliche Eigenschaften. Man kann sie durch die Zustandsgleichung unterscheiden. Und das Besondere bei der kosmologischen Konstante ist eben, dass sie zeitlich eben nicht variiert. Mit anderen Worten auch unabhängig ist von der kosmologischen Rotverschiebung Z. Das heißt, wir sollten immer, wenn es denn wirklich diese kosmologische Konstante ist, wir sollten immer dieselbe Zustandsgleichung messen, egal welches Sample an Galaxien zum Beispiel untersucht wird, egal was für eine kosmologische Rotverschiebung die aufweisen. Quintessenz wäre eine Form von variierender kosmologischer Konstante, könnte man so sagen, die also wirklich abhängig ist von der Zeit, also abhängig von Z. Und das wird aber nicht favorisiert nach den aktuellen Messungen. Am besten passt nach wie vor die kosmologische Konstante. Deshalb spricht man ja auch von Lambda-CDM-Modell. Lambda, die kosmologische Konstante, CDM, Cold Dark Matter. Also eine kalte, sozusagen schwerfällige Form von dunkler Materie, die sich sehr langsam bewegt, weil diese Teilchen offenbar sehr massereich sind. Die dunkle Energie, warum tritt die also nicht im Sonnensystem in Erscheinung? Tatsächlich kann man Lösungen formulieren, auch zum Beispiel für schwarze Löcher. Die schwarze Lösung beschreibt ja eine Punktmasse. Die schwarze Lösung kann man auch benutzen, um die Relativitätstheorie der Sonne sehr gut zu beschreiben. Also die Sonne wird sozusagen als Punktmasse angenähert. Und dann kann man die schwarze Lösung benutzen, um dann die Sonne relativistisch zu behandeln, zum Beispiel auch Lichtablenkung zu berechnen, durch die Sonnenmasse hervorgerufen. Es gibt aber auch eben verallgemeinerte Lösungen, sowohl bei der schwarze Lösung, als auch beim rotierenden Fall der Kehrlösung, wo man das Ganze einbettet in diese kosmologische Konstante Lambda. Man spricht dann von Schwarzschild des Sitter und Kehr des Sitter Lösungen. Und dann kann man sehr gut sehen, was eigentlich dieser Einfluss von der kosmologischen Konstante ist. Es kommt kaum zu, wenn es also der typische Zahlenwert ist aus der Kosmologie, kommt es kaum zu Abweichungen. Das heißt, dieses Kepler-Gesetz, was der Arno hier angesprochen hat, wird sehr, sehr gering nur beeinflusst und es gibt da keine Variationen auf der Sonnensystemskala. Interessant wird es eben erst, wenn wir sehr große Längsskalen betrachten. Und damit meint man eben Abstände von Milliarden von Lichtjahren. Deshalb brauchen wir also sehr weit entfernte Ereignisse, die man beobachtet. Super Norway vom Typ 1a, zum Beispiel auch die kosmische Hintergrundstrahlung, die ja bei einem Z von 1100 liegt. Das heißt, je größer die Längsskala ist, umso einfacher ist es dann auch, die Effekte der dunklen Energie nachzuweisen. Deshalb ist es also im Sonnensystem nicht möglich, noch nicht mal auf der Größenordnung von dem Abstand des Virgo-Haufens. Da reden wir von 50 Millionen Lichtjahren, das wäre immer noch zu wenig. Wir bewegen uns ja mit unserer lokalen Gruppe, Milchstraßensystem, Andromeda-Galaxie, Triangelung-Galaxie und vielen kleinen Zwerggalaxien Richtung Virgo-Haufen. Also Messier 87 ist ja da die elliptische Zentralgalaxie. Und selbst auf dieser großen Längsskala haben wir also einen Anziehungseffekt, der dann auch eine Rolle spielt. Und selbst da kann man also noch nicht diese Effekte sehen von der kosmologischen Konstante. Wir müssen noch weiter weg sein, die Testobjekte. Wir müssen noch weiter legal ¿ver oilsianf 1955 und all dasiche Konten summoned fallen auf die ist ein Schuss von Nikolaus Patrik Clemens. Worte CaSí appe 110 km прод reckless. Und natürlich geht's mal wieder etwas Anten.